Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit 20 Boostern der UEFA Champions League Adrenalin XL 2014-15 Karts von Panini. Damit begrüße ich euch zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir heute mal in 20 Booster aus Paninis letzter Champions League Serie reinschauen wollen. Denn nach der Saison 2014-15 sind die Lizenzrechte an Tops gegangen, die seitdem die UEFA Champions League Magitex Kollektionen rausbringen. Aber Panini ist ja dennoch weiterhin ganz gut international dabei, denn mit den FIFA 365 Adrenalin XL Kollektionen hat man ein gutes Alternativprodukt im Markt platziert. Das aber nur als Story so ein bisschen rund um diese Karts, denn uns interessiert natürlich weniger was danach passiert ist, sondern mehr der Inhalt dieser 20 Booster. Denn darin gibt es einiges an Special Karts zu finden und das könnt ihr sehen, wenn ich euch die Rückseite des Boosters zeige. Da ist die Übersicht von allem, was es an Special Karts in dieser Kollektion gibt. Und sicherlich am interessantesten die seltenen Karten wie die Inventiveness oder die Legenden. Wäre natürlich eine super Sache, wenn wir davon eine ziehen würden, aber bei 20 Boostern die Wahrscheinlichkeit doch relativ gering. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen und beginnen dieses Unboxing mit Jordi Alba von Barcelona. Dann Filipe Luiz für Chelsea. Kakitani für den FC Basel. Dann haben wir eine Defensive Rock Karte mit Mats Hummels von Borussia Dortmund. Filipe Santana vom FC Schalke 04. Und Rames Rodriguez von Real Madrid. So, unsere erste Special Karte, also eine Defensive Rock Karte mit Mats Hummels, der nach seinem Ausflug zu den Bayern ja inzwischen wieder in Dortmund gelandet ist. Ohnehin ganz interessant zu sehen, wo die Spiele auf diesen Karten, die ja nun inzwischen über 5 Jahre alt sind, gelandet sind. Nick Fierhever von Ajax macht den Anfang des nächsten Päckchens. Dann haben wir Mario Fernandes, Juan Fran, Lucas Ocampos von Monaco als One-to-Watch-Karte. Dann Ruperto Jimenez von Olympiakos und das Wappen des ESC Anderlecht. Ich denke, die Wappen müssen wir nicht extra rauslegen, da die auch im Base-Card-Design gestaltet sind und keine spezielle Veredelung haben. Der will nicht so ganz erbustet, der zerlegt sich von selbst. Aber jetzt geht's weiter mit Jaya Sanogo für Arsenal. Dann Leonardo Bonucci für Juventus. Roman Weidenfeller, Borussia Dortmund. Und als Special-Card haben wir eine Fans-Favorite-Karte von Gérard Piquet für Barcelona. Und darunter finden wir noch eine Master-Karte von Koke für Atletico. Sowie Dimitar Berbatov für den AS Monaco. Berbatov auch so einer, der, glaube ich, in ganz Europa rumgekommen ist. Während Piquet da ein gutes Gegenbeispiel ist, schon seit Ewigkeiten bei Barcelona. So, nächstes Päckchen beginnt mit Magnus Eriksson für Malmö. Dann Leandro Salino-Olympiakos. Roman Neustädter für den FC Schalke. Wieder eine One-to-Watch-Karte mit Heumingsson von Bayer Leverkusen. Markus Halsti von Malmö. Philippe-Lewis für Chelsea. Und durch sind wir mit diesem Päckchen. Und weiter geht's direkt mit dem Nächsten. Das beginnt mit Marek Sushi vom FC Basel. Dann erneut Markus Halsti von Malmö. Nick Vierrewer von Ajax. Stefan Kießling als Fans-Favorite-Karte von Bayer 04 Leverkusen. Nikolas Gaitan als Master-Karte von Benfica. Und Daniel Subasic vom AS Monaco. Der nächste Buse beginnt mit Zekehra von Atletico Madrid. Dann haben wir Kevin Großkreutz für Dortmund. Wandschläge für Basel. Callum Chambers als Rising-Star für Arsenal. Francesco Totti für die Roma. Und Sergio Ramos für Real Madrid. Der nächste Buse beginnt mit Philipp Lahm vom FC Bayern. Dann haben wir Jack Wiltshire von Arsenal. Buffon von der Juve Mario Mandzukic. Damals im Trikot von Atletico Madrid als One-to-Watch-Karte. Tyson für Schachter Donetsk. Und das Wappen von Sporting Lissabon. Nächster Buse. Diego Godin von Atletico. Carlos Tevez Juventus, Sven Bender, Borussia Dortmund. Dann die One-to-Watch-Karte von Alexander Mitrovic vom RSC Anderlecht. Thomas Müller als Master für den FC Bayern. Und Edin Dzeko für ManCity. Dann geht's weiter mit Joel Feldmann für Ajax. Bresuzki für ZSKA Moskau. Lorente für Juventus. Dann Erik Abidal als Defensive-Walk-Karte von Olympiakos. Luis Adriano für Schachter Donetsk. Und João Moutinho als Master für Monaco. So, im nächsten Päckchen finden wir Ivan Rakitic vom FC Barcelona. Dann Dennis Pret als Masterkarte für den RSC Anderlecht. Noch eine Masterkarte mit David Silva von Manchester City. Und darunter Luis Suarez als International Star vom FC Barcelona. Na, der will auf der Seite nicht. Dann nehmen wir die andere. Und beginnen diesen Booster mit Pedro Rodríguez vom FC Barcelona. Nemanja Matic für Chelsea. Gonzalo Castro bei Leverkusen. Die Fans-Favorite-Karte von Daniela Rossi vom AS Rom. Das Wappen des AS Monaco. Und Luis Adriano für Schachter Donetsk. Nächste Booster beginnt mit Pedro Rodríguez für Barcelona. Dann erneut Nemanja Matic. Gonzalo Castro. Dann die Defensive-Walk-Karte von Niklas Moisande. Damals für Ajax. Aktiv heute bei Werder Bremen. Das Wappen von Benfica Lissabon. Und das Wappen von Paris Saint-Germain. Im nächsten Booster finden wir Bb von Benfica. Dani Iris von Barcelona. Villian für Chelsea. Dann erneut eine Defensive-Walk-Karte. Diesmal Gary Cahill vom FC Chelsea. Und Alejandro Dominguez von Olympiacos. Sowie die Masterkarte von Nicolas Gaetan von Benfica. So, einen richtigen Knaller hatten wir noch nicht dabei. Sicherlich das Beste bisher der International Star Luis Suárez. Mal schauen, was noch kommt. Und Patrice Evra für Juventus. Erneute Bb von Benfica. Dani Alves. Dann Rising Star Mounir von Barcelona. Und Andrea Pirlo als Master für Juventus. So, David Lewis haben wir noch zum Abschluss des Päckchens. Und machen direkt beim nächsten weiter. Das mit Jasper Silesen von Ajax Amsterdam beginnt. Dann haben wir Kleistern von Anderlecht. Hakan Balter von Galatasaray. Nochmal Galatasaray mit Bruma als Rising Star. Szevchuk von Donetsk. Und Gervinio vom AS Rom. Und damit zwei Rising Stars in Folge. Und das nächste Päckchen beginnt mit einer Karte, die man als absoluten Multi-Print bezeichnen muss. Denn Markus Halsdi gefühlt in jedem zehnten Päckchen drin. Genauso wie Nick Fierrewer für Ajax. Mario Fernandes haben wir auch schon oft genug gesehen. Aber Zlatan Ibrahimovic als Game Changer ist neu. Und damit, glaube ich, die bisher beste Karte in diesem Unboxing. Und dann haben wir noch Ricardo Cavallo und das Wappen von Basel. Aber mit Ibrahimovic als Game Changer haben wir jetzt mal einen richtig guten Treffer gelandet. Und das unterstreicht seine Pose, die er da auf der Karte hat, ja auch ganz gut. So, nächstes Päckchen beginnt mit Roman Weidenfeller von Dortmund. Iniesta für Barcelona. Eden Hazard für Chelsea. Dann unser erster Keyplayer mit Cés Fabregas, ebenfalls Chelsea. Darunter finden wir noch die Masterkarte von Erik Abidal für Olympiacos. Und Francesco Totti als Basecard für den AS Rom. So, es geht an die letzten drei Päckchen. Und da darf auch gerne nochmal was Besonderes drin sein. Und nicht schon wieder Markus Halstie für Malmö und Nick Fierrewer für Ajax. Sowie Mario Fernandes für Moskau. Dann haben wir Max Meier als Rising Star und Oscar als Master für Chelsea. Sowie Lucas für Paris Saint-Germain. Und das ist schon echt heftig, wie oft die drei schon in Folge in dem Päckchen waren. Ich hatte im Juli ja schon mal ein Unboxing mit zehn Boostern gemacht. Und auch da kamen sie in der Reihenfolge schon öfter aus den Boostern. Also die sind absolut Multi-Print in dieser Kollektion. Da brauchen wir auch keiner erzählen, dass Panini jede Karte gleichauf produziert. So, nächster Booster Samir Nasri von ManCity. Dann Bemba vom RSC Anderlecht. Kaya von Galatasaray. Dann Philipp Elander von Malmö als Defensive-Walk-Karte. Die Master-Karte von Joao Moutinho. Und Ralf Fährmann von Schalke. So, letzter Booster. Und dann ist auch unser Bild voll. Passt also richtig gut. So, mal schauen, was wir da jetzt noch rausholen. Geht los mit Neutink vom RSC Anderlecht. Dann Fernando Muslera von Galatasaray. Mario Balotelli, damals für Liverpool unterwegs. André Schöle, der gerade seine Karriere beendet hat, als One-to-Watch-Karte vom FC Chelsea. Daniel Subasic und das Wappen des FC Bayern München. So, das ist das Ergebnis aus diesen 20 Boostern der UEFA Champions League. Adrenalin XL 2014, 15 Kollektion von Panik. Mit Zlatan Ibrahimovic auch eine der selteneren Karten getroffen. Beim Rest glaube ich in etwa das, was man erwarten konnte. Eure Eindrücke zu den Karts und zu dem, was wir da aus den 20 Boostern rausgeholt haben, gerne unten in die Kommentare. Freue mich da auf eure Rückmeldung. Lasst noch ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.